Herzlich Willkommen zum singenden Adventskalender. Wir sind der Jugendchor der evangelischen Paulusgemeinde in Halle. Wir wollen mit euch und Ihnen gemeinsam das Lied Bring mich nach Bethlehem singen. Dieses Lied ist eine Hymne zur Weihnacht geworden. Vom Krippenspiellied zum gesetzten Weihnachtslied für die ganze Gemeinde. Eine ganze Generation liebt es, singt es, hört es auf unserer Weihnachtscd und tatsächlich wird es jedes Jahr in der Gemeinde auch ausgesprochen, dass mit diesem Lied Weihnachten beginnt. Es ist entnommen unserem Krippenspiel mit gleichem Namen. Singt gerne mit. Du besuchst mich, Gott, in meinem Leben, Du findest mich, Gott, wo ich bin. Du kannst aus Dunkelheit bestehen, Du steckst ein helles Licht hierhin. Wie du den Leiter mit dunker Nacht Ganz große Freude hast gebracht, Komm Gott zu mir in meiner Zeit. Bring mich nach Bethlehem, bring mich nach Bethlehem, Bring mich nach Bethlehem, ich bin bereit. Du führst mich, Gott, in meinem Leben, Du hältst mich, du kommst dran. Du gehst nicht vor, du gehst daneben Und zeigst mir, was ich selber kann. Wie du den Leiter mit dunkler Nacht Ganz große Freude hast gebracht, Komm Gott zu mir in meiner Zeit. Bring mich nach Bethlehem, bring mich nach Bethlehem, Bring mich nach Bethlehem, ich bin bereit. van Kind sons Du gehst nicht vor, du gehst daneben Du gehst nicht vor, du gehst nicht vor, du gehst daneben Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020